Nachdenkseiten Die kritische Website Martin Sellmeier, der Schattenmann von Brüssel Von Jens Berger Jean-Claude Juncker dürfte sicher jedem unserer Leser bekannt sein und auch sein wahrscheinlicher Nachfolger Manfred Weber wird vielen Lesern ein Begriff sein. Der Name Martin Sellmeier dürfte hingegen nur wenigen Interessierten etwas sagen. Dabei ist Sellmeier, und darin sind sich seine Freunde und Feinde einig, der mächtigste Mann in der EU. Konservativ, neoliberal, machthungrig, ein waschechter Spross der Oberschicht, der die EU in den letzten Jahren nach seinen Vorstellungen geformt hat. Nach den Europawahlen könnte Sellmeier seine Machtfülle sogar noch weiter ausbauen und damit dem Ideal eines demokratischen, transparenten Europas schweren Schaden zufügen. Wer den familiären Hintergrund eines Martin Sellmeier hat, verfügt über einen gewissen Staatvorsprung im Leben. Als Enkel zweier Generäle, sein Großvater Josef Sellmeier gehörte der Organisation Gehlen an und war erster Chef des MAD und Sohn des ehemaligen Top-Juristen und Kanzlers der Universität der Bundeswehr in München, hatte Sellmeier das nötige Vitamin B bereits in den Genen. Nach dem Jurastudium in Genf, Passau, Berkeley und am King's College in London heuerte Sellmeier beim Medienkonzern Bertelsmann an und brachte es dort binnen zwei Jahre zum Leiter der Brüsseler Repräsentanz, also zu Bertelsmanns EU-Cheflobbyisten. Doch auch diesen Posten bekleidete Sellmeier nur ein einziges Jahr. 2004 wechselte der Lobbyist des Medienkonzerns nämlich formal die Seiten und wurde Sprecher der EU-Kommission für Telekommunikation und Medienpolitik. Genau wegen solcher Drehtürkarrieren ist die EU zu Recht im Kreuzfeuer der Kritik. Der Drehtüröffner des konservativen Sellmeier war ein Mann, bei dem die Grenzen zwischen Politik und Lobby vollends verschwimmen. Elmar Broek, seit 1980 Europaparlamentarier für die CDU, seit 1992 Europabeauftragter von Bertelsmann, zeitweise Leiter des Brüsseler Büros und sogar Senior Vice President Media Development des Konzerns, wohlgemerkt neben seinem Mandat im Europaparlament. Auf die Empfehlung seines Lobbykollegen Broek hin wurde Sellmeier 2010 Kabinettschef der luxemburgerischen EU-Kommissarin Vivian Reding, die passenderweise nebenberuflich Mitglied im Kuratorium der Bertelsmann Stiftung ist. Den nächsten Karrieresprung bereitete wieder Broek vor, der Sellmeier seinem Freund Jean-Claude Juncker als Wahlkampfleiter für dessen Kandidatur zum Präsidenten der EU-Kommission empfahl. Sellmeier zog die richtigen Strippen und wurde dafür von Juncker nach der gewonnenen Wahl zu seinem Kabinettschef gemacht. Fortan war der machtbewusste Bayer die rechte Hand des EU-Chefs, der von schweren gesundheitlichen Problemen gekennzeichnet und innerhalb der Brüsseler Behörden er als Frühstücksdirektor bekannt war. Sellmeier bestimmte schon damals mehr oder weniger direkt, was sein Chef später umsetzte und führte ihm sinnbildlich die Hand bei seinen Unterschriften. Innerhalb der EU-Behörden machte sich Sellmeier damit nur wenig Freunde. Übereinstimmende Insiderberichte von EU-Korrespondenten diverser internationaler Zeitungen berichten, dass Sellmeier intern wahlweise als Hassfigur, Rasputin, Junckers Monster oder Monster von Berlimont, das Berlimont-Gebäude ist der Sitz der EU-Kommission, bezeichnet wird und zu den unbeliebtesten EU-Beamten der Geschichte zählt. Demnach führt Sellmeier das Büro seines Chefs mit eiserner Hand eigenmächtig und übergeht bei wichtigen Entscheidungen der EU-Kommission sogar schon mal die zuständigen Kommissare. So soll er beispielsweise Alexander Dobrindt seine gegen die EU verstoßene Ausländermaut durchgewinkt haben, ohne die für Verkehrspolitik zuständige slowenische Kommissarin auch nur dazu zu konsultieren. Als Staatsstreich bezeichneten zahlreiche Zeitungen wie die französische Liberation Sellmeiers nächsten Karriere-Schritt. Mit Protektion von Jean-Claude Juncker wurde Sellmeier am 21. Februar 2018 zum stellvertretenden Generalsekretär der EU-Kommission ernannt und gerade einmal eine Stunde nach der Ernennung verkündete der damalige Generalsekretär, nur Juncker und Sellmeier waren zuvor eingeweiht, in derselben Kommissionssitzung seinen Rücktritt, woraufhin der Stellvertreter, der keine Stunde im Amt war, auf den obersten Posten innerhalb der EU-Bürokratie aufrückte. Ohne Ausschreibung, ohne politische Debatte und ohne parlamentarische Mitsprache wurde so der Chef von 33.000 EU-Kommissionsmitarbeitern und wichtigste EU-Beamte, von dem man ernannt, dem er seit vier Jahren die Hand führte. Ja, man kann das als einen Staatsstreich bezeichnen. Der Protest blieb nicht aus. Die EU-Bürgerbeauftragte legte Beschwerde ein. Das Europäische Parlament stimmte mit 368 zu 15 Stimmen für eine Resolution, die den Rücktritt von Martin Sellmeier fordert. Doch das EU-Parlament wird bei wirklich wichtigen Fragen in Brüssel leider ignoriert. Der zuständige EU-Kommissar für Haushalt und Personal heißt schließlich Günter Oettinger und ist als konservativer, neoliberaler CDU-Politiker Teil des Problems, aber nicht Teil der Lösung. So kam es, dass Martin Sellmeiers Staatsstreich Erfolg hatte und er heute die unumstrittene Nummer 1 in der Brüsseler Exekutive ist, die als Generalsekretär der EU-Kommission und graue Eminenz hinter dem kranken Jean-Claude Juncker die Fäden in Brüssel zieht. Egal ob es um die Militarisierung der EU, die immer stärker voranschreitende Konzentration der Richtlinienkompetenz in immer mehr Fragen auf den intransparenten Machtapparat der EU-Kommission oder die schleichende Entmachtung der nationalen Regierungen in finanzpolitischen Fragen geht, der EU-Beamte Martin Sellmeier sitzt im Zentrum dieser Entscheidungen. Selten war die Macht in postmonarchistischen Zeiten in Europa derart intransparent und undemokratisch verteilt. Es ist ja nicht nur so, dass kaum jemand Martin Sellmeier kennt und er als Beamter der Öffentlichkeit formal auch nicht rechenschaftspflichtig ist. Viel schlimmer ist, dass Sellmeier nie vom Volk in einer Wahl gewählt wurde und seine Machtfülle somit nach klassischem Demokratieverständnis auch nicht legitimiert ist. Es ist auch nicht sehr wahrscheinlich, dass wir Martin Sellmeier so schnell wieder loswerden. Beste Chancen auf die Juncker-Nachfolge hat schließlich der CSU-Politiker Manfred Weber, der zurzeit die Fraktion der EVP im Europäischen Parlament anführt. Als die Straßburger Parlamentarier mit übergroßer Mehrheit Sellmeier abberufen wollten, waren es die Stimmen von EVP-Abgeordneten, die, als einzige überhaupt, dem Generalsekretär treu zur Seite standen. Weber gilt als schlecht vernetzt und vor allem auf Kommissionsebene als Neuling. Insider gehen daher davon aus, dass er es ohne die graue Eminenz an der Spitze der Kommission überhaupt nicht schafft, Junkers Erbe anzutreten. Und politisch passen die beiden erzkonservativen, wirtschaftsliberalen und transatlantisch orientierten Bayern Weber und Sellmeier ohnehin perfekt zusammen. Große Hoffnungen auf mehr Demokratie, mehr Transparenz oder gar eine progressivere Politik brauchen wir uns also bei diesen Europawahlen nicht zu machen. Die Macht bleibt wohl unangetastet, egal ob sie die Hand von Juncker oder die Hand von Weber führt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.